Übersichtlich, systematisch, komfortabel. EasySolution bietet perfekte Softwarelösungen für den Fitnessbereich. Egal ob der Einsatz von Mitarbeitern geplant werden soll, Mitglieder verwaltet werden oder Kurspläne umgesetzt werden sollen. Mit der Studioverwaltung Software von EasySolution werden alltägliche Aufgaben im Handumdrehen bearbeitet. Das präsentierte EasySolution auf der FIBO 2017. Wir bieten halt eben die Sicherheit unserer Software, dass sie lokal letztendlich bei dem Studiobetreiber installiert ist, dass halt eben auch die Daten vor Ort sind und auch gesichert werden können. Darüber hinaus sagt ja jeder, dass halt eben eine Online-Software so gut wäre, weil man von überall auf der Welt darauf zugreifen kann. Das muss man auch wörtlich nehmen, weil das können natürlich auch Leute den Zugang haben. Wir haben die Software schön abgeschüttet auf dem Server von den Kunden und bieten darüber hinaus, dass wir alles das, was mit dem Backoff ist, das heißt Lastschriftlauferstellung, Lastschriftlaufversendung online aus der Software, das Verbuchen der Lastschriftläufe sowie letztendlich nachher auch das Einlesen der Rücklassschriften und das anschließende Mahnwesen vollständig automatisieren können. EasySolution besitzt langjähriges Branchen-Know-how und ist somit immer einen Schritt voraus. Die innovative Software bietet neben maximaler Datensicherheit auch individuelle Flexibilität und ausgezeichneten Support. Mit der Control-App können Studio-Betreiber ganz bequem von überall über das Smartphone, Tablet, PC oder Mac auf alle relevanten Studiodaten zugreifen. Zudem hat der Studio-Betreiber die Möglichkeit, jede Person, egal wen, letztendlich anzukontaktieren oder aufzurufen, indem er einfach nur die Daten eingibt. Und er hat jetzt nicht nur die Möglichkeit, die Daten des Kunden zu sehen, sondern er kann auch über eine Schnittstelle hingehen und sich die offenen Posten des Kunden anschauen. Darüber hinaus ist es dann auch noch die Möglichkeit für alle Apps, die wir anbieten, auch zu sehen, wie viele Leute eingecheckt sind zum jetzigen Zeitpunkt im Studio. Ich muss immer darauf hinweisen, dass die Daten nicht online stehen. Das heißt, auch das hier, wie zum Beispiel das Controlling, greift direkt auf die Zahlen zu, die in der lokalen Software EasyMember vorhanden sind oder den Software-Tools, die sonst noch anbieten, dass man hier auch sehen kann, wie ist mein aktueller Mitgliederbestand etc. Das heißt, für mich ist es jetzt ein ganz einfaches, irgendwo auf der Welt, wo ich Internet habe, halt eben hinzugehen und zu sagen, wie hat sich denn zum Beispiel mein Durchschnittsbeitrag entwickelt. Die zweite wichtige App-Lösung ist die Work-App. Damit können Mitarbeiter ihre Kunden optimal auf der Trainingsfläche betreuen. Relevante Vertrags- und Trainingsdaten sind schnell einsehbar. Funktionen wie Warnsysteme bei längerer Trainingspause machen es den Mitarbeitern möglich, immer die passenden Themen parat zu haben. Mitglieder profitieren bei EasySolution durch die eFit-App. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit als Mitglied zu schauen, wie viele Leute eingecheckt sind, was natürlich dann sinnig ist. Wenn es zu voll ist, dann geht das für eine Viertelstunde später oder so. Das Schöne dabei ist aber auch, dass wir dem Kunden die Möglichkeit ebenfalls bieten, in die offenen Posten oder in Lastschriftläufe reinzuschauen, was natürlich klar ist, dass letztendlich dann Rückfragen in die Verwaltung wegfallen und insofern natürlich auch eine Transparenz für den Kunden darstellen. Natürlich kann er sein Trainingsprogramm einsehen, Termine machen und so weiter. Und jetzt kommen sehr viele Funktionen, die eigentlich im Endeffekt die großen Unternehmen uns vormachen. Mit diesem Stick können Studiobetreiber und Mitarbeiter von überall auf der Welt per Internetzugang auf den Rechner zugreifen, auf dem alle relevanten Daten einsehbar sind. Und das alles bei sicherer Verbindung. EasySolution bringt Ihr Studio sicher ins Zeitalter von App & Co. Profitieren Sie von exklusiven Funktionen und langjährigem Branchen-Know-how.